herzlich willkommen liebe damen und herren heute nachmittag bei uns in der show im glückstags tv mit ihrer lieblingsmoderatorin sonja krämer heute haben wir wieder ganz viele tolle super angebote bei uns in der show starten wir direkt mit dem ersten objekt die kuschelkerze einmal hier das exemplar mit lavendel bitter meine damen und herren ist halt auch eine ganz tolle haptik hier diese kerze und wenn sie hier bei mir mit im studio wären würden sie diesen geruch direkt wahrnehmen obwohl die kerze noch gar nicht an ist meine damen und herren wie gesagt wir haben hier einmal lavendelzart bitter bei uns im angebot auch noch ein weiterer klassiker sehr beliebt auch bei den frauen und aus rose rose das duftet meine 1a qualität die wir bei uns im haus haben und wir haben noch eine kleine überraschung für sie bei uns im haus einmalig im angebot wenn sie aber mit hierüber kommen meine damen herren die christmas edition ja einmalig bei uns im angebot mit da müssen sie jetzt vielleicht mal ja der thomas in der kamera muss schon schmunzeln das klingt erstmal komisch der duft aber ich sag ihnen meine damen das duftet so so phänomenal tannenbaum festtagsbraten meine damen und herren wenn sie sich weihnachten schon jetzt ins haus und wollen dann müssen sie aber auch schnell sein weil ich höre ich höre auch gerade hier von der regie ja wir haben nur 20 stück auf lager meine damen und herren 20 stück da müssen sie wirklich schnell sein ich würde jetzt anrufen unter folgender nummer 0 3 0 4 7 6 8 1 7 4 4 4 4 und der preis meine lieben damen an diesen wunderschönen sonntagnachmittag liegt nicht mehr bei 39 99 auch nicht bei 29 99 nein 19 euro 99 das stück das geht sowohl für lavendelzart bitter als auch für die rose und für die christmas edition haben wir einen wunderschönen preis von 46 73 ja meine damen und herren wenn der preis noch nicht überzeugt hat dann tut es gleich jetzt uns expertin hier bei uns im studio yvonne schmidt yvonne yvonne meine liebe sag doch mal unsere zuschauer die fragen sich immer wo werden die kerzen denn hergestellt meine liebe sonja exorbitante frage ja wir haben hier dieses wunderbare exemplar 53 prozent made in germany ja und der rest in europa verteilt ja world wide meine liebe lang brennen die kerzen denn eigentlich das ist auch meine sehr beliebte frage bei unseren zuschauern da haben sie absolut recht ich muss sagen in meinem herzen brennen sie immer sehr lange aber ich sage mal mindestens 23 stunden und 38 minuten ja danke dir und danke für deine expertise ja meine lieben damen und herren wie sie hören müssen sie wirklich schnell sein die sind wirklich heiß begehrt hier auf dem markt ja ich sage ihnen noch mal die artikelnummer für die lavendelzart blitter das ist die 3065 666 5588 9999 ja und dann am ende statt der neuen jahr wechseln sich die mal die ziffer zu 66666 da kommen sie zu rosen ja das ist das ist an dieser stelle meine damen und herren wird weichgesprochen sie wissen bescheid grüß dich sonja mein herzlichen ja die schwimmkerzen und habt ihr die noch gute meine liebe ja 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 ich höre gerade ich würde auch so gerne weiter tauschen und aber ich höre gerade wie ja die auch noch einen schönen sonntagnachmittag gute ja da tschüss und meine damen und herren tun sie es doch der ute gleich rufen sie an unter der nummer 0 3 0 4 7 6 8 1 7 4 4 4 4 4 direkt bei uns stopp ich höre gerade von der regie ich höre wir sind ausverkauft die leitung sind zu rufen sie nicht mehr an johan